Die Qual der Wahl mit voller Blase verführt Die Verlockung ist riesig. Soll Elias das unmoralische Angebot der zukünftigen Schwiegermutter annehmen oder besser dem unheilvollen Drängen seiner Blase nachgeben? Voller Wollost gehorcht er seiner begierigen Libido und entscheidet sich für den leidenschaftlich heißen Spaß, was er inmitten des Akts ernsthaft bereut. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage